Eine scheinbar normale Klassenfahrt gerät außer Kontrolle. Sechs Monate, das müssen wir doch feiern. Die Ringe der wahren Liebe, der Legende nach Solritter Roman, sie weggeworfen haben. Seitdem lastet ein Fluch auf allem, was mit Roman zu tun hat. Amore, Motus! Was passiert, wenn sich ein Tor zu einer anderen Welt öffnet? Wie weit gehst du, um deine Freunde zu retten? Was ist der Vater, sie besünden? Und bist du sicher, dass du die Wahrheit erkennst? Mit dem Cast von Das Haus Anubis. Smudo, Colin Ullman-Fernandes und Bert Tischendorf. Ich will ein Bart und eine Gesichtsmaske. Ich auch, Delia. Eine Gesichtsmaske? Das Haus Anubis kommt ins Kino. ... ... ... ... Vielen Dank.